Heute will ich euch zeigen, wie ihr euch einen Geldbeutel für Bitcoin einrichten könnt. Aber nicht sowas hier, das ist für Bargeld, sondern ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr euch ein sicheres Bitcoin Wallet einrichten könnt. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von Thalerbox, mein Name ist Bastian. Vorab, wenn du noch nicht weißt, was ein Bitcoin ist oder wie man in diese investiert, dann verlinke ich dir hier noch eine Playlist zu dem Thema. Diese findest du unten in der Beschreibung oder oben rechts in der Infokarte. Doch kommen wir jetzt zu den Bitcoin Wallets. Zuallererst musst du dich fragen, brauche ich diese Wallet für den täglichen Gebrauch oder möchte ich Bitcoins kaufen und diese langfristig halten. Also brauchst du sie täglich, dann ist es natürlich besser auf dem Smartphone zu haben, also eine Art Portemonnaie, an die du täglich drankommst. Das sind sogenannte Unterwegswallets. Hier kann ich das Bread Wallet empfehlen. Hast du aber jetzt Währungen, die du handeln möchtest oder tauschen gegen andere Währungen, dann ist es am besten, das natürlich im Web zu haben. Da kannst du immer drauf zugreifen und kannst es von einem zum anderen verschieben. Das ist dafür perfekt. Dazu nutze ich das Blockchain.info Wallet. Jetzt geht es darum aber, diese Bitcoins sicher zu haben, wenn man wirklich langfristig in diese investiert, also eine Art Tresor oder Safe zu haben. Dafür lohnen sich sogenannte Desktop Wallets, weil man nur auf dem PC darauf zugreifen kann. Oder Hardware Wallets, sowas wie den Ledger S. Da bekommt man so einen kleinen Stick und da hat man den Private Key drauf. Ich will euch aber den Desktop Wallet zeigen. Und hier gibt es auch wieder verschiedene Varianten. Ich habe mich aber für Electrum entschieden. Denn hier hat man die Kontrolle über sein Geld, vereinfachte Validierung, grundlegende Transparenz. Es gibt eine Two-Factor-Verification auch, grundlegende Privatsphäre und man hat die volle Kontrolle über die Fees. Also perfekt. Dann im ersten Schritt muss man natürlich erstmal auf die Webseite der jeweiligen Wallet gehen. Dann hier auf Download in diesem Falle. Jetzt muss man natürlich sein Betriebssystem auswählen. Linux muss man hier den Empfehlen noch eingeben, bevor das Ganze startet. Dann für Windows den passenden Klar-Eint runterladen, den Installer oder für Mac dann diese Software. Laden wir doch mal runter. Sollte gleich fertig sein. Dann öffnen wir das Ganze doch mal im Finder. Dann installieren wir das Ganze. Haben das Ganze schon hier. Und öffnen die App. Jetzt kommt hier wahrscheinlich diese Meldung und dann muss man erstmal erlauben, dass man die öffnen darf. So, nach der Installation und nach dem Öffnen sieht es dann so aus. Und hier geht es jetzt darum, dem Wallet einen Namen zu geben. Also hier könnt ihr kreativ sein, könnt einfach mal irgendwas machen. Ich mache jetzt hier mal ein Test-Wallet und nenne es einfach nur Wallet 1. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Hier kann man aussuchen, was für eine Art. Ein Standard-Wallet, was wir gleich machen werden. Dann ein Wallet mit einer Two-Factor-Verification. Dafür braucht man nochmal eine Google-App und bekommt dann da alle paar Sekunden einen neuen Code, den man eingeben kann. Ist natürlich nochmal sicherer, aber das kostet etwas mehr an Gebühren. Dann gibt es noch ein Multi-Signature-Wallet und ein Watch-Bitcoin-Adress. Also du kannst dir auch nur quasi Bitcoin-Adressen anschauen und dann gucken, wie die Transaktionen dort sind. Aber wir wollen ja ein ganz normales Wallet erstellen. Im nächsten Schritt wird dann gefragt, ob man ein komplett neues erstellen möchte, was wir gleich machen werden. Dann hast du vielleicht schon eins und möchtest das öffnen. Oder hast irgendwelche Public- oder Private-Keys und kannst damit quasi auch andere Wallets hier importieren. Oder du hast ein Hardware-Device, wie es eben angesprochen hatte. Sowas wie den Ledger, Nano S und so weiter und so fort. Aber wir machen ein neues. Jetzt kommt hier quasi das Passwort. Beziehungsweise das ist PIN und Passwort in ein. Das dürft ihr niemals verlieren. Und hier unten steht auch schon, nicht verlieren. Wenn der PC nämlich abstürzt, dann brauchst du dieses Passwort, um die Wallet zu wieder restoren, also wieder zu bekommen. Und das Beste ist wirklich, dass ihr euch diese Worte aufschreibt auf einem sicheres Blatt Papier und die in einen Save verwahrt oder irgendwo an einem sicheren Ort. Ich würde das auch nicht Copy und Paste machen, sondern wirklich auf Papier schreiben, nichts ausdrucken, sondern ihr macht das am besten so. Ich mache euch auch einen Link dazu. Ladet euch das PDF-File runter hier, druckt das aus und übertragt dann, nachdem ihr es ausgedruckt habt, mit der Handschrift hier die einzelnen Wörter rein. Ich kopiere das jetzt mal mit Copy und Paste und mache das im Textfile, aber wie gesagt, das empfehle ich euch nicht. So, dann gehen wir hier auf Weiter und im nächsten Schritt muss man diesen Seed nämlich confirm. Und hier muss man dann später per Hand alles eintragen. Ich habe das mit Copy und Paste. Nochmal der Hinweis, nicht so machen. So, jetzt müssen wir da ein Passwort eingeben für diese Wallet. Das müsste natürlich auch sehr sicher sein oder sollte sehr sicher sein. Ich gebe da auch mal jetzt irgendwas ein. Jetzt wird unsere Wallet gerade hergestellt. Und dann öffnet sich das Fenster. Und das hier ist dann schon unsere Wallet. Jetzt muss man hier noch ein bisschen was einstellen, beziehungsweise das Wichtigste ist eigentlich die Transaktionen. Hier tauchen dann die Transaktionen auf. Dann das Senden von Bitcoins kann man hier machen. Das Empfangen natürlich. Und unsere Adressen. Hier sollte man nicht immer die gleiche benutzen, sondern immer mal eine andere. Aber gehen wir erstmal zu den Einstellungen. Hier kann man das Passwort ändern. Aber das ist jetzt nicht dieser Key, diese Wörter, die wir aufgeschrieben haben, sondern das Passwort, um uns in die Wallet einzuloggen. Dann die Einstellung. Hier können wir die Fees dynamisch einstellen. Aber ich würde die auf dem lassen. Dann kommen wir dem nächsten Transaktionen. Hier würde ich auch nichts verändern. Dann hier würde ich die Sprache auf Deutsch anstellen, wenn ihr sie am Anfang in Englisch hattet. Dann die Anzahl der Nachkommastellen habe ich auf 8. Das ist eigentlich optimal. Und die Basiseinheit, die müsste bei euch anders sein, habe ich auf BTC gestellt. Am Anfang ist die, glaube ich, auf MBTC. Dann hier den Online Explorer, wo er sich die Daten zielen soll. Habe ich hier Blockchain eingestellt. Dann bei Fiat kann man eigentlich alles so lassen. Wenn es noch nicht eingestellt ist, nimmt man natürlich den Euro, damit man hier unten den Bitcoin zu Euro angezeigt bekommt. Und auch das Guthaben in Bitcoin direkt, damit man da nicht rumrechnen muss. Identität könnte auch alles so lassen. Hier unten Passwort bitte eingeben, um den Ziel zu ändern. Das brauchen wir aber nicht. Und hier dieser kleine grüne Ball ist immer, dass wir im Netzwerk sind. Ist der Orange, dann lädt er gerade was nicht. Und Rot ist dann natürlich nicht verbunden. Damit haben wir eigentlich schon das Grund-Ballet hergestellt. Jetzt wollen wir natürlich auch hier mal ein paar Bitcoins drauf transferieren. Und dazu gehen wir auf Adressen. Ich nehme jetzt mal hier die erste. Bezeichne die noch mit dem Label. Machen wir mal hier Test. Nennen wir das einfach mal. Jetzt nehmen wir diese Adresse und kopieren diese. Dann gehe ich mal auf mein normales Wallet. Das ist quasi so ein Online-Wallet, wo einfach nur alles durchläuft. Dann gehen wir hier auf Senden. Geben die Adresse an, die wir eben da wirklich kopiert haben. Schauen noch mal nach. 1W am Ende. 1W, das stimmt soweit. Überweisen hier jetzt einfach mal 1 Euro drauf. Das sind so viele Bitcoins. Geben hier nochmal was mit Überweisung. Nennen das einfach mal Test 1. Dann können wir hier unten noch die Gebühr machen. Dann gucken wir, ob das alles stimmt. Klicken auf Weiter. Bekommen hier nochmal so eine Transaktion. Das sind jetzt insgesamt 1,52, weil die Gebühr noch hinzukommt. Auf diese Adresse, 1W stimmt soweit und klicke Senden. Jetzt bekomme ich hier in der ersten Wallet angezeigt. Aha. Okay. Gesendet. Und das ist jetzt Pending. Diese Transaktion muss jetzt mehrere Male bestätigt werden. Mindestens drei Mal. Bis sie sicher auf dem Wallet ist. Ich sehe aber schon hier. Aha. Die ist schon quasi schwebend angekommen. Also ich habe hier plus 0,00425 und so weiter und so fort Bitcoins mit dem Guthaben 1 Euro. Ist aber noch unconfirmed. Das dauert jetzt einen Moment, bis die Transaktionen bestätigt sind. Doch dann habe ich die Bitcoins hier sicher in meiner PC Wallet. Und wenn du jetzt Bitcoins senden willst, dann kannst du das hier machen. Gibt es dort die Adresse ein von dem anderen Bitcoin Wallet. Eine Beschreibung zum Beispiel. Hier den Betrag entweder 1 Bitcoin. Du bekommst dann hier angezeigt, wie viele Euro das sind. Und siehst schon zu niedriges Guthaben, weil nichts auf der Wallet drauf ist. Oder gibst zum Beispiel 1 Euro ein. Siehst du auch, wie viel das in Bitcoin ist. Hier kannst du die Gebühr einstellen. Umso höher die Gebühr, umso schneller wird die Transaktion durch das Netzwerk geleitet. Hier sieht man dann zum Beispiel, es dauert nur zwei Blocks, kostet dafür mehr. Hier geht es im nächsten Block, aber kostet noch mehr. Und hier geht es innerhalb der nächsten 25 Blocks. Dafür ist es sehr günstiger. Also wenn du Zeit hast, kannst du natürlich auch länger warten. Und dann klickst du einfach auf Senden. Ja, jetzt weißt du, wie du deine Bitcoins in einer Wallet sichern kannst, um sie vor Dieben zu schützen. Denk daran, vergiss nicht den Private Key, das ist so wie PIN und TAN gleichzeitig. Alle wichtigen Links findest du unten in der Beschreibung oder oben rechts in der Infokarte. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Das motiviert mich, neuen, guten Content für euch zu produzieren. Und wenn du keins der nächsten Videos zum Thema Geld und Börse verpassen willst, dann vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn du Fragen oder Probleme zu dem Thema hast, komm auch gerne in unsere Facebook-Community. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.